So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X Blitzball. Wir gehen jetzt nochmal ins Blitzball-Stadion. Und machen jetzt die nächsten ein, zwei Games. Vier Games, vier Games. Oh, wir spielen gegen die Ronsufhanks. Oh, wir spielen gegen das Team, das direkt unter uns steht. Victory will be ours. Spannender, stimmt, die haben ja Spannender geholt. Oh, ein Unifysis von zehn, will ein Pass werfen. Ja, Sachen, die nicht passieren werden, habe ich gehört, danke. So. Pass zu, Witch. So. Ja, da gehen wir durch. Weiter. So, 13. Ah, ganz schön, äh, ganz schön erpochen, du. Da gehen wir durch. So, dann dann weiter. Oh, 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 oh. Aber in PMP. So, und jetzt. Da gehen wir durch. Und machen einen Torschuss. Einen schönen Hexschuss. Und 14er abfangen. 19 an und der Ball ist drin. Perfekt. Sehr schön. Ich finde es gut, dass meine Leute halt sowohl im Eingriff als auch in der Verteidigung relativ stark unterwegs sind. Spannender, finde ich, Gewalt. Wir spielen trotzdem so, dass wir den Ball abnehmen. Ein Torschuss. Uff, okay. Interesting. Ja, wieder Spannender, okay. Passen wir. Zu Tidos. Äh, das ist knapp, das ist ein 2, ne? Ja, das ist ein 2. 23, bro. Der hat ja doch 16 abgefangen, ne? Ich weiß, du kommst mal. Wir machen aber nur noch mal einen Torschuss. Ist der Entfernung? Schlafangriff. Äh, wenn ich jetzt nicht den Ball verliere, dann jetzt auf jeden Fall. Außer Tidos dodget, was er nicht tut, genau. Ich glaube, keiner auch gar nicht. Ich glaube, dafür brauchen wir die Ability dodgen. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher. So, der 19er Physis. Uh, ich hab den Ball schon. Hoppala, sorry. Gut, okay, durchspannender gehen wir durch und drüben weiter. Okay. Hm, 19. Okay, er hat noch, aber er verliert 50 Tore. Okay, okay. 50 Tore zu verlieren, ist okay. Ah, er hat den komplett abgefangen. Ach, Mann. So, Rob, komm mal ran hier auf den Meter. Da. Irgendwann wird man immer einen Torschuss. Tidos. I believe in you. Nein. Ärgerlich. So, leider das 1-1. Mensch, ärgerlich. Okay, durch die gehe ich durch. Okay, dann machen wir das anders. Jetzt springen wir wieder komplett von hinten nach vorne. Geht mal durch. So. Probieren wir's mal. Ah, nein. Äpple den Ball. Mist. Können wir dir nicht alle dahinter her schwimmen? Oh, shit. Okay, das macht sie einen Torschuss. Welch hat den Ball gefangen. Das ist perfekt. Und jetzt geht er ab durch die Mitte. Spann mal erstmal kurz hinter mir lassen. Okay. Dann gehen wir durch. Machen wir einen Hexschuss. Ach, come on, Junge. Das ist doch dumm. Nur durch den Ball zurück, bitte. Was hat sie denn so passt? Okay, wer von denen fängt den Ball? Oh, ich war weit, glaube ich, ich habe einen Tidos. Tidos hat ihn. Sehr gut. Das ist perfekt. Okay. Das dauert zu lange. Zwei. Ich probiere, ich muss durch beide durchgehen. Ich muss probieren. Schlafangriff haben wir mal an. Das ist doch die, die auch im Death so gut waren, ne? Die Irkronen so. Ah, das wird nix. Kommt nicht mehr zum Abschluss. Leider. Schade. Ah, selbst mit einem normalen Schuss wäre der nicht mehr angekommen, leider. Schade. Der ist Level 1 und hat schon solche Werte? Holy shit. Okay. Krass. Ist rechts so. Ist rechts so. Okay, nehmen wir den Ball. Sehr gut. Das wollte ich. Danke. So, wenn Tidos jetzt nicht komplett braindead ist, was ich hoffe. Ja, oh, das ist perfekt. Oh, sie wird wahrscheinlich einen Angriff machen. Nein, wird sie nicht. Oh, das ist big. Das ist richtig gut. So, Tidos, hier, bitteschön. Oh, wait a second. Was? Oh, warum hat die denn so einen scheiß Fernangriff? Verliert fast den Ball, man. 29, oh. 13. 13 kommt da auch im Torn, ey. Mist. Uff. Ähm, okay. Go for it. Guys. Guys. Okay. So, und jetzt schön die Hand dazwischen. Oh, wait a second. Ich seh da was. Jetzt hoffen wir, dass das nicht... ...in den fucking Radius reinfällt von der anderen jetzt. Okay. Sehr gut. 16 beim Torn. Und geht rein. Ja. Sehr gut. Puh. Klapperkiste hier. Ich hoffe, das war's, man. Ich hoffe, das war's, man. Das ist ja gut. Nein, nur 19. So, das wird nix. Den hat er. Der Typ ist halt so groß wie das Tor. Wie unfair ist das bitte? Das ist ein Witz. Das ist ein nicht guter Typ, der 21er-Torschuss. Go, Witz. Okay, okay. Okay, danke. Okay, danke. Hab noch den Ball. Still got it. So, jetzt müsste ich eigentlich weit genug weg sein. Ja, aber... Tada! 3-1. Sehr gut. Damit ist es eigentlich schon vorbei. Easy peasy win. Oh, sieh'n Ball noch. Uiuiui. Also noch ein Torschuss. Von da. Okay. 18, 6, 12, 4, 4. Oh, woher? Okay. Alles klar. Oh, gehen wir mal durch. Na ja, nur sieht das. Perfekt. Okay, wir müssen Pass spielen. Normalen Pass. Auf Arbeit. Oh, no, sorry. Da hat er... Ah, da hab ich vergessen, dass der so einen Passwert hat. Oh. Mein Wett. Gut, zwar nix, selbst wenn ich den vergifte, aber ist egal. Sehr gut. Na, mach mal ein Torschuss. Who cares. Kommt eh nicht an. Also ich sag mal, er kommt zwar an, aber er wird nicht so gut ankommen, dass ich sagen würde, okay, der geht rein. Kommt, 9 kommt er dann an. Und der Schlosshof. Victory! Oh, Arbeit und Wedge bekommen Level Up. Das ist gut. Arbeit hat 9 Angriffe. Sehr schön. Wedge hat 16 Ampfang und 27 Physis. Okay. Sehr schön. Ne, da. Ne, danke. Verlängert. Oh, Charmy ist frei. Ach, Charmy wurde leider verlängert. Dora, Doram hat sich gewollt dafür. Glorys 3, 3, 3, 3, 1 und die Rams. Fan hat das gespielt und Luca hat Falon gegen Klick. Sehr schön. Damit sind wir bei 22 Punkten und eigentlich schon so gut wie durch. To be honest. Also ich glaube nicht, dass da noch viel passieren wird. Oh, Wedge ist tatsächlich jetzt auf Platz 1. Tiers nur noch auf Platz 2. Not a bad. Oh, Vertrag mit Keeper ist ausgelaufen. Ja, natürlich. Dann kommt doch da. Ich mach mal erstmal nochmal irgendwas hier so mit 21 Spielen. Ja, ist okay. Huch, ne, ich wollte nicht zurück. Ah, verdammt.